So, lasst uns jetzt weiter, Leute. Tut mir leid, finde ich. Nein! Super, hast du wieder laufen. What? Ja. Okay, Leute, es ist ein fulminanter Beginn. Wieso? Rufen jetzt Wallrider einfach nur auf random oder rufen wir so ein Bier? Weiß, weiß ich nicht. Sie sind krank, ey. Ich weiß, was passiert. Ich auch. Ah, wir sind sicher. Ja, klar. Ja. 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 Du bist ein blökener Freund, nicht wahr? Ja. Du bist eine Begründung oder was auch. Du bist ein... Ja. Ja. Wir gehen. Ja. das ist nicht wo ist die Kamera? unsere Kamera? ohne die Kameramatte spielt keinen Sinn du wichser hast uns... warte 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 du wichser er hätte auf unsere Kamera geklaut nicht ohne meine Kamera die war teuer ja guck dich doch mal an was ist denn da mit dem Blut da in seinem Arm sei? oder Polymatik-Schläuche keine Ahm nicht mehr drehen kann ja sein warum auch Milchflöschung drohlich elektrisch und kommt dann was zuerst durch und dann muss er mit dem Doktor spielen aha ich wollte mich durch ok und jetzt passt den das war aber das war das war das war das war Vielen Dank für die Beobachtung. Wir beginnen mit einem Moment. Wir werden nur einen Sekunden verwendet. Und... Und... ... und... ... und filmen. Und es wird uns eine Chance zu sprechen. Das ist nicht... Ah, 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 you know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible-thumping. Uh, no offense to the man, but I sometimes worry. He might just be a little bit. Let me see. Ah, it's understandable if you get scared. There is like to turn to God or anything else. God died with the goldsmithing. We're all in a more concrete way. You have to rob Paul to pay Peter's house and no other way. Murder is the simplest one, but what happens when all men is gone? All men becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. I'm here for the toilet. To make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. They're so f***ing for you to absorb. You pay attention? You pay attention? You pay attention? Well, it's better, right? Before you say, how we achieve you, we may have a consumer to the means of production. This thing is gonna sell itself! Ah, my God. Ah, and from the ankle he looks out again. Ich dachte, ich müsste das mit WASD machen, äh, mit A und D. Ach, komm schon. Direkt vorne ist doch das Waschbecken. Wir sind Kameramann. Ach, meine Hände. Sie sind ruhig in die Hand, meine Finger sind ab. Ich nehme erstmal die Kamerascheißer-Verbandzeug. Kamerasußer, Freund. Ihhh, da drin hattet du das. Ihhh. So. Scheiße, Mann. Das ist der, ähm, Doktor? Ja, da. Ich bin nicht ein Patient. Ich bin nicht ein Patient. Ich habe mich nicht ein Patient, wie ich ihn, wie ein Flager. Ich bin nicht auf der Gäste. Er ist noch nicht in der Gäste. Ich würde mich nicht in der Gäste sein. Ich würde mich nicht in der Gäste sein. Ich würde mich nicht in der Gäste sein. Und du kannst es kontrollieren. Niemand. 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 Er wird dich finden. Er wird dich töten. Ja, definitiv. Warum muss ich... Aaaaaah. Okay, das ist so viel Zeit, oder? Das hätte ich nicht gedacht. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte eigentlich... Ich dachte, das könnte mich dann so ganz verschrecken. Aber... Ich muss euch gleichzeitig lachen. Es war voll ruhig los spannend. Und ich höre die ganze Zeit den Fahrten. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß es. Ich muss mal ein bisschen überstehen, oder? Ich wollte ihn nicht oder? Ich helfe Ärmel was. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht. Ich weiß. Dann ist das. Der sieht uns nicht! Ich hoffe mal, dass du dich nicht sehn! Der sieht uns nicht! Ich bin jetzt hier! Siehst du? Alter! Oh man, ich bin zu spät! Oh Gott! Geht's weiter? Halt die Falle, Halt die Falle! Oh nein! Wir müssen zu viel damit machen! Kannst du schön schlafen? Schlafen! Schlafen! Der wird leer machen, wundervoll! Nice! Lauf, 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 lauf! Da ist er! Könnte ich jetzt aber laufen! Ne, ne! Ich weiß, ich muss da hinten! Ich muss da durch! Oh ok! Mich geht jetzt nicht wieder, wenn die vorbei ist! Hey! Ja klar macht er das! Geht die Tür zu? Kannst du die Tür schließen? Lieber nicht! Ja, vielleicht ist da auf der Hinterwettnung was da noch! Batterien vielleicht! Ja, was soll ich muss! Hoffentlich kommt er nicht hinter dir rein! Also guckst du das! Deswegen wäre es eigentlich besser, wenn er die Tür hinzuzugemacht hätte! Das war das Hörst du, wenn er dann reinkommt! Ja, aber... Ich hör das so oder so! Nein! Sorry! Nein! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Oh mein Gott! Alter, warst du weg! Oh, jetzt wird er wieder da lang! Das ist so ätzend, wenn er genau da lang kriegt, wo du dann später lang rennen musst! Das Batterien tauschen für den Rotfall? Mach schnell! Mach schnell! Mach schnell! Schneller! Okay! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Okay! Keine Zeit! Keine Zeit! Ich muss da durch, ne? Wahrscheinlich! Ist er da unten noch? Wahrscheinlich! Alter! Alter! Das ist so ätzend! Wie hast du diesen Doktor? Ach so, das ist ein anderer! Boah! Lesen! Ich hab mir so gefehlt, ey! Ich hab mir so gefehlt, ich hab mir so gefehlt, gedacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden! Zweifel, die in der Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt! Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe aus dem Entwägung, mich an die Presse zu wenden! Mit freundlich grüßen David Annapurna! Ich glaub, von dem hat man nie wieder was gehört! Oh Mann! Ich glaube, es ist noch nicht vorbei! Ich weiß, wann es vorbei ist! Ich weiß auch, wann es vorbei ist! Ich weiß es! Aber es dauert noch! Oh nein! Da ist er ja! Lauf! Wo bist du denn? Ich weiß es nicht! Hä? Ich weiß es nicht! Da kommen wir her, ne? Ich glaub, der kommt von... Wir müssen da durch! Ich weiß nicht, wo du lang musst! Von da kamst du, also von gerade raus jetzt! Scheiß drauf! Oh! Okay! Wo ist der Scheiße? Wo ist der Scheiße? Wo ist der Scheiße? Da bist du... Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung! Entscheide dich mal für eine Richtung! Ne! Doch! Ist es doch! Ich weiß nicht, wo ist der... Da! Ja! Stimmt ja! Gute Gute! Du bist wieder voll in die Arme gerannt! Okay! Ne, nicht in die Arme, aber... Ja! Ich bin nicht! Ich bin nicht, ich bin von dir! Ja! B***! B****! Take that! leg dich nicht mit david ab schuhe an der macht dich fertig ja ist okay ich nehme dich an du scheiß missgeburt die herstellung von trägersaft schutz 1 drücken jetzt als als der träger wie stellt man trägersaft daher drücken wir blut saft zu matschen den ich fand das witzig wirst du das nicht witzig ich hab sie jetzt eigentlich nicht mehr verstanden aber eka wir machen saft wir quatschen wie eine beere trägersaft mir sagt das wort nichts trägersaft das spät sind das spät sind erzünden ich glaube wir sind bald durch mann das ist doch noch mit der folgenden der folgenden gleich ich glaube es wird ob ich die zwei Minuten Oh nein, er hat er speichert. So kommt's um Mathe, der speichert ist nicht gut. Hallo! Hey! Wir haben genügend aufgenommen. Oh Gott, du überlebt! Ich dachte, dieser secularer Maniak würde dich aufreißen, wie die anderen. Geh' mich außerhalb, oder? Wir sind nicht zu Hause. Der hätte es raus lassen können! Der ist in der Arsch! Ja, am Anfang, äh, haut uns erstmal eine Spritze rein. Warum auch immer. Der will, dass wir alles aufnehmen, der hat ja auch... Also war das Adrenalin, oder was? Nee, keine Ahnung. Oh! Die hat kommt, das gesagt, wenn es Bratmaxte gibt, dann sind alle gut drauf. Aber muss ich mich an die Highlight zu denken. An die Highlighting von Outlast, so. Let's play. Das wäre geil, wenn wir es selber im Spiel gesehen könnten. Ich würde sagen, da... Das gibt es in sehr vielen Spielen nicht. Ja, das verstehe. Ich würde sagen, da das jetzt hier... Jetzt ist gerade eine ruhige Phase, jetzt sollten wir pausieren. Ich bin am Feuer. Jetzt müssen wir aufnehmen, wie für Snapchat. Warte, warte. Ah, nee, das fällt. Okay. Warte, macht's gut. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Oh, hier. Ah. Ey, so scheiße heiß. Nein. 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 Leute, macht's gut. Bye. Ciao. 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 Ciao.